Hallo Freunde und Willkommen bei der Kluft des Chaos. Durch ihre Ähnlichkeit zum Eingang zur Kluft des Alls erhielt dieser Ort der eines Tages aus dem Nichts erschienenen Namen Kluft des Chaos. Tatsächlich gleich das Innere, keine anderen Gegend in ganz Bersia und verschiedenste Überreste aus allen Regionen sind daran verstreut. Mehrere Alchemisten gildend sind damit beschäftigt, diesen Ort zu untersuchen. Kommen aber aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mit ihrer Forschung mit Koran. Okay, das ist wieder ein Feld. Gucken wir mal. 16 Mitglieder braucht man für Schlachtzug. Ach du Scheiße. Ja, wieder jetzt schon Angst. Los des Überlebens Männchenzone. Weltkarte. Das ist ein seltsames Gebiet. Welche Geheimnisse die Kluft des Chaos bier? Ja, 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 ja. Ach, das gibt wieder was. All's well in the barracks. Salute. Tell me the truth. Alles klar, das ist ein bisschen schwierig hier, sich zu orientieren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung mit dir. Ich habe nichts mit dir. Okay, also die haben einen Streit mit den Forschungen, wie der ganze Kram hier entstanden ist, alles klar. Ich habe nicht Zeit für das. Hast du mit mir ein Business? Geh es dir. Hast du etwas zu sagen? Hast du noch etwas anderes zu sagen? Weißt du, dass es viele Augen zu sehen gibt. Tschüss. Das ist eine tolle Arbeitsbedingung. Cooles Team, yay! Hey! I've been waiting. I'll see you again. I'll see you again. No online. Let me know, if you need anything. Take care. Das ist das jetzt nur wieder eine Hin- und Erlauberei hier in dem Lager. Ja, 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 ich kriege jetzt schon wieder die Gräser. Du brauchst meine Hilfe? Fight and prevail! Need power? Rumbaboba Rundfunk Welcome Keep up the good work, how's everything? Our investigation is going smoothly I'll see you again Ah, Meno Leute Was würdet ihr nur machen, wenn ich nicht da wäre? Müsstet ihr selbst glauben Unglaublich Kann ich sowas nur von euch verlangen? Das ist unser Bereich Das ist unser Bereich Das ist unser Bereich Das ist unser Bereich Bis zum nächsten Mal Ich stelle mit dem Mission Ich werde mit dem Missionen jetzt Oh, jemmige Elemente Oh ja. Oh ja. Das ist echt ein seltsames Gebiet, ey. Alles klar, riesige Eisbahn, ich weiß was gleich kommt. Muss ich Beeren jagen, weil es denen zu kalt ist? Ernsthaft? Oh, riesige Würmer, cool. Das ist kein Graubär, Bären sehen anders aus. Wow. Oh ja. 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 Alter, das ist ein Pinzchen. Das ist kein Ort, das ist ein Pinzchen. So eine heroische Musik einfach dafür, dass ich das habe. Gildensklaven, super! Darf der keine Würfe jagen? Das ist ein Pinzchen. Oh, als kleines Dankeschön dafür, dass der Gildeball gefehlt hat. Hm? Okay, das muss man! Ich bin ein Pinzchen. Scheid, das ist ein Pinzchen. Ey da Alter, die haben so eine niedrige Respawnrate. Ach, da haben wir einen Wolfskönig. Nein, ich habe mich. Okay. Ahahaha. On a fail-t-nog? Wooh! Was ist das? Wee! Wee! Impress us, Gorzenix! Show them your power! We're the Gorzenix, the strongest of all orcs! Wee! 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 Ha! Wee! 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 ... ... ... Was ist das? Ja, das ist doch gut gelaufen. Vor allem, wir haben jetzt auch die Hälfte wieder voll für einen neuen Levelaufstieg. Ich schlage das in meinen Magen, Alter. Ich schlage uns, Gorzenix. Take care! Bye! Show them your power! Take care! Impress us, Gorzenix! Das ist ein riesenfeet. Ah, ich habe gerade gedacht, ich hätte es jetzt noch erlebt. Einen Schlag, nicht schlecht. Da ist das noch eine Schrei, die ihr gehört! Oh, es ist der Fall! Das ist doch her! Ist doch ein Schrei! Geht's aus! Ah, das ist die große. Ah, das ist die große. Was brauche ich denn hier noch? Ah, das ist die große. 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 Hey, warum bist du hier? Ich mache meinen Job. Ah, das ist die große. 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 Wir sind viele von uns. Tell me the truth. You're hiding something, aren't you? I'll let you go. Welcome! We are the Gorzenix, the strongest of all Orcs. Take care! So, that's what we'll do in the next episode. We've achieved a lot. Had the darkest of years of the year. We're all on our ocean helmet too. You are also in the yellow察. See you on the next or even next episode. See you soon, wir also Tschau. We'll see you soon. If you did not flash but then... Untertitelung des ZDF, 2020